Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Michael kam sieben Jahre nach mir, Silke ist fünf Jahre jünger und ein Jahr später kam Vera. Davor war ich drei Jahre allein. Schade, dass ich da noch so klein war. Man darf hier eigentlich nicht rauchen. Du schläfst also mit Udo. Wir sind nicht dazugekommen. Mir ist es egal, ob bei einem die Ohren abstehen oder ob die Locke nach links oder rechts weht. Hauptsache du überhaupt Ohren. Ist Udo ne Abkürzung? Die ist so kurz. Du bist ne wunderschöne Frau. Was man von dir nicht gerade sagen kann. Die dicke Dirne Dorothee dudelte des Dieters Dödel dermaßen durch, dass dieser dachte, darf die das? Ist nicht von mir. Psst! Udo, schläft gern mit mir. Das weiß ich. Das, das spüre ich. Udo! Udo, schläft gern mit mir. Du bist neig. Du bist neig. Ich bin nicht nur noch. Du bist neig. Du bist neig. Udo, schläft lang. Untertitelung des ZDF, 2020